Hallo liebe Freunde und ein ganz ganz großes Dankeschön an euch für die zahlreichen Glückwünsche, die mir soeben zuteil geworden sind. Ich habe gerade eben die magische Grenze von 5000 Abos überschritten und ich wollte mir jetzt an der Stelle die Möglichkeit nicht nehmen lassen, euch persönlich mit diesem kurzen Video nochmal ganz ganz herzlich zu danken. Und es ist so, ich bin noch auf der Arbeit, deswegen ist die Qualität jetzt etwas schlechter und nicht in gewohnter Studioqualität wie bei mir zu Hause, weil ich hier ein anderes Mikrofon habe, aber ich wollte nicht warten, denn ich kann nicht auf die ganzen Danksagungen und Gratulationen etc. antworten. Es ist sehr aufwendig, ich habe aber alles gelesen, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es gibt viele Leute, die mir schon gratuliert haben, die seit Anfang an seit diesem Kanal dabei sind und ich hoffe an der Stelle einfach nur, dass ihr auch bei den nächsten 5000 Abos auch noch mit dabei sein werdet und dass ihr meinem Channel die Treue haltet und dass ich euch weiter gut unterhalten kann, denn das ist es, wozu ich da bin. Ich möchte euch gerne und gut unterhalten. Eine ganz kurze Ankündigung noch zu dem Abospecial, da wird es ja ein Günther Shadow FAQ geben, wo ich eure Zuschauerfragen beantworte. Das wird noch ein ganz kleines bisschen dauern, bis ich das machen kann. Nächste Woche sollte es rauskommen, vielleicht, also sehr wahrscheinlich am Wochenende. Das Problem ist, ich habe momentan zu viel Arbeit und kann momentan nicht so viel aufnehmen. Habe ich auch schon in meinem letzten Livestream gesagt. Ich werde versuchen, das Ganze nächste Woche aufzunehmen und dann werde ich euch das auf jeden Fall noch präsentieren. Habt so lange bitte noch Geduld, bleibt bei meinem Channel, unterstützt mich weiterhin und ihr macht das ganz, ganz klasse und ohne eure Unterstützung hätte ich diesen Kanal auch nicht weitergemacht. Ich mache nur eine ganz, ganz kurze Retrospektive. Ich erinnere mich daran, als ich am 3. Januar 2012 mit diesem Kanal angefangen habe. Also das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, könnte man sagen, ein bisschen länger natürlich. Und da habe ich meinen ersten Part zu Let's Play Rome Total War mit den Skipion hochgeladen und hatte am ersten Tag vier Views auf dem Video. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut und am zweiten Tag waren es 16 Views auf dem Video. Und da hatte ich dann schon meine ersten drei Abonnenten. Und das waren Traga Mogitus, das war der Supersoldat. Und der andere, das ist jetzt dann ein bisschen schwierig, das weiß ich glaube ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob er noch dabei ist. Es sind einige Channels schon geschlossen worden von den ganz frühen Abonnenten. Aber ich bedanke mich nochmal bei 7Play7, der auch ein ganz, ganz früher Abonnent war. Ich bedanke mich bei IceTube, der auch ein ganz, ganz früher Abonnent war. Jetzt müsste ich hier eigentlich 100 Leuten danken. An die meisten erinnere ich mich noch von früher. Nicht mehr an alle, aber noch an die meisten. Aber ihr seid einfach die Besten und ich finde das toll, dass ihr bei fast jedem Video immer was drunter schreibt. Und bei Lars, bei LPFanLars muss ich mich natürlich noch bedanken, der mir für jedes meiner Videos immer einen Daumen hoch gegeben hat, was ich total geil finde. Dann bedanke ich mich nochmal ganz ausdrücklich bei CorneliusDrag für die guten Let's Play Anregungen, was die Online-Schlachten angeht. Ich bedanke mich bei General Scipion dafür, dass er mit mir die ganzen Trainingsschlachten immer gemacht hat und dass er immer wieder auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Ich bedanke mich bei General Pilofas, weil wir uns gegenseitig immer ganz, ganz rege beworben haben, weil wir insgesamt, würde ich sagen, sehr gut zusammengearbeitet haben. Und dementsprechend wird es natürlich noch ein Abo-Special oder ein Kanal-Special vielleicht von uns beiden geben, wo wir dann Rome 2 Total War zusammen für euch spielen werden. Ich bedanke mich beim Tille, bei dem Struppi, der auch zu meinen allerersten Abonnenten gehört. Vielleicht war das sogar der ominöse Dritte oder Vierte, dessen Name mir vorhin nicht eingefallen ist. Also, Tille aka der Struppi, der ja auch einen YouTube-Kanal hat, der mir auch immer ein Feedback gegeben hat und vor allen Dingen immer sehr witzige Kommentare geschrieben hat. Ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei unserem Kommandante Egonson, der sich auch immer sehr rege für meinen Kanal eingesetzt hat, den aufmerksam mitverfolgt hat und auch immer wieder darauf hingewiesen hat. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ach, ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei Jens, Giga1979Giga, der auch zu meinen allerersten Abonnenten gehört hat, der mir sogar eine Rome Total War Karte geschenkt hat aus seiner Limited Edition. Das werde ich ihm nie vergessen. Und der hat mich also nicht nur mit positiven Kommentaren und Feedback und Kritik unterstützt, sondern eben auch noch materiell, könnte man quasi sagen. Also, an der Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle. Ja, und ich bedanke mich noch bei ReviewGamics für die Website, die er uns zur Verfügung gestellt hat, dass wir dort auch ein bisschen über unsere Videos plaudern können und dass man das Ganze dort auch noch in einen organisatorischen Rahmen gießen konnte. Ich bedanke mich bei Fanatic Productions, der mir mit seinen Company of Heroes Let's Plays immer sehr viel gute Unterhaltung beschert hat. Und ich bedanke mich bei Doc Ratti, der wirklich ein ganz, ganz wunderbares Shogun 2 Let's Play rausgebracht hat, was mich sehr, sehr gut unterhalten hat und auch dazu beigetragen hat, dass ich wahrscheinlich bald nochmal mit einem Shogun 2 Let's Play anfangen werde. Außerdem hat mich Doc Ratti auch immer mit Rat und Tat unterstützt, wenn es um Fragen bezüglich Attraktivität des Kanals auf YouTube geht. Da nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und natürlich darf ich nicht zu guter Letzt, last but not least, den guten Kilian vergessen. Durch dessen Kanalempfehlung ich wahrscheinlich damals die meisten Abonnenten bekommen habe. Damals war ich ein Kanal mit ungefähr 200 oder 300 Abos. Kilian hatte ungefähr so 500. Und ich habe ihn damals gefragt, ob er meinen Kanal mal kurz promoten würde, einfach nur in die Kanalempfehlungen aufnehmen würde. Und das hat er gemacht und ich glaube, ich habe danach innerhalb von einer Woche nochmal 100 neue Abos dazugekriegt und das war total klasse. Und Kilian, ich möchte an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich danken. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch in Zukunft auch weiterhin gute Unterhaltung bieten kann. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Und bis dahin, Pax Wubiskum Valete. Und bis dahin, Pax Wubiskum Valete.